Wir haben in der EU jahrelang gekämpft um eine Chemie, Chemikalienverordnung, die REACH-Verordnung und wir wollen diese weiterentwickeln und wir sehen nicht ein, dass wir diese aus Spiel setzen bei den Verhandlungen mit den Amerikanern und eins muss man auch klar sagen, wir in Europa benutzen insgesamt 60 Chemikalien nicht in der Landwirtschaft, die in den USA benutzt werden dürfen und das ist überhaupt nicht akzeptabel. Untertitelung des ZDF für funk, 2017